hallo YouTube heute ein neues Video heute zum Thema Twitter ja ich zeige euch jetzt mal ihr schnell viele Follower bekommt jetzt habe ich diesen Fake Account seit gestern 139 Follower ganz einfach geht das der App von Twitter ich zeige sie euch oh la stelle bitte 3N.com da gehen wir jetzt mal schnell drauf dann zeige ich euch wie die Offroad ist ja also ihr müsst euch hier anmelden wenn ihr euch anmeldet dann müsst ihr erstmal wahrscheinlich einen Tag warten bis der Account von euch freigeschalten wird nachdem ihr die Einführung ausgeführt habt und dann seid ihr hier auf dieser Seite und oben steht dann was von eurem Account ist freigeschaltet bla 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 und hier dann seht ihr hier diese Übersicht jetzt klickt ihr hier auf Follow und you followed cheap rp reiner LLP dafür haben wir 7 Seeds bekommen und wir geben immer 2 Seeds für ein Follower das können wir jetzt die ganze Liste runter machen da drüben wie im Null Seeds das bringt euch also gar nichts ich würde euch empfehlen immer nur diese Zeit zu nehmen und da kann es auch manchmal sein sorry you couldn't follow bla 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 jetzt oder right now kommt auch öfters vor jetzt habe ich schon 17 Seeds das wären jetzt umgerechnet schon ähm fast 9 Follower jetzt machen wir das nochmal und warten ein bisschen mehr um neue Follower jetzt machen wir das nochmal ja 22 Seeds ich habe jetzt schon 140 Follower und ich habe noch gar nicht viele Haaren und das werden jetzt sicher gleich über 150 werden wenn jetzt das Ding hier mal runter geht 18 und 145 Follower schon da sieht man es ganz einfach Follower bekommen so einfach geht das und was ihr dann mit diesen Follower anfangen könnt das zeige ich euch im nächsten Video also ich sage jetzt ciao le pau le tchau le tchau le pau le Vielen Dank.